Bonjour, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu dem Führer-Sirkus. Sie werden heute Zeugen eines Spektakels, welches die Menschheit noch nicht gesehen hat. Hier sehen Sie einen der gefährlichsten Kreaturen dieser Planeten, der Fiat Brava! Auf mein Kommando wird diese Bestie springen, durch den Brennen-Tellerie! Okay, hier ist alles noch. Achtung, meine Damen und Herren, seid doch bis soweit. Eins, zwei, drei, alle ab! Applaus, Applaus! Kochen Ja, danke sehr, danke sehr, wir sind wieder. Ja, wir sind deg mit dem Brennen Nonnen質ub Krassamam Vinden Sie kinds